I've played it innocent, a feel of discontent, I'm finally facing it all, fearless. Oh, das ist dann wieder in der Mitte. Ich baue unser Bett ein, okay, wenn es noch nicht eingebaut ist. Ich habe keine Ahnung warum hier Kisten mit Knochen stehen, aber... Oh fuck, 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 fuck. Nein, das ist... Ich muss das Bett einbauen. Danke Dominik, ich baue jetzt das Bett sofort ein. Ich wollte gerade Ressourcen kaufen. Ich habe 48 Endstone. Ich habe da eine komplette Schicht. Was du da? Was war das? Hm? Bist du da gerade runtergefallen? Nee. Okay. Schon gedacht. Das ist so viel Ressourcen. Ich frage mich mit wie viel CPS diese Leute denn probieren. Das ist echt eine gute Frage. Eieieieieieiei... Okay. Viel angenehmer. Viel angenehmer. Was? Was? Ich hab das eine Upgrade gekauft. Was für ein Upgrade? 50% mehr Loot. Okay. Viel angenehmer jetzt, ey. Was macht der? Hä? Woher hat der das Holz? Und für was vor allem? Ah, ich hab verfehlt. Fick. Ich werd mal dann unsere Base aus weiter. Ja. Junge, wie gefährlich. Ja! Junge, ich hab 50 Klicks die Sekunde. Der kriegt mich trotzdem. Ist der weg? Ja. Hä? Was? Was? Er ist disconnected. Ich hab nicht. Was wir jetzt hier haben? Gute mir. Gute mir. Gute mir. Anniper! Ja, ich brauche auch mal einen Eisenschraub, wenn ich hier verteidige. Wir werden wieder gepusht. Halt ihn mal im Auge. Er kommt. Der Klaue spielt safe mit Autoclicker. Ja, safe. Lebt ja noch. Nein, er ist tot. Ich guck mal, wie viele Klicks ich mit der Pews habe. Ich weiß nicht, wie viele Klicks in 5 Sekunden. Wie viele Klicks mache ich in einer Sek... Keine Ahnung. Ey, rot ist raus, ne? Wollen wir zu rot rüber? Warte, wir haben doch noch ein Bett, das wir beschützen müssen. Du kannst zu rot rüber, ich muss mein Bett beschützen. Okay, warte, dann geh ich gleich mal zur Ruhe. Ich gucke. Gut. Okay. ich glaube blau zeigt es nicht. Kannst du die ein bisschen mit dem Auge behalten? Wie meinst du? Ja gucken was sie so machen gerade. Blau? Ja. Ja, was wäre denn schlimm wenn sie... Das zum Beispiel? Was machen die denn gerade? Ja, hm. Was steht in dem Chat? Was war auf dem Map von einem grünen? Hm. Wurz getötet. Richtig. Weil ich runtergeschmissen wurde. Wo ich mich hingebaut hatte zu denen. Klaus, Bett wurde getötet. Ich spreng einfach die ganze Brücke weg. Tschüss, geh hier weg. Danke fürs Erweiter. Jo. So. Bei uns können jetzt 100% mehr Ressourcen sparen. Ui, nice. Ich merke es direkt. Ähm, grün, 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 grün. Über uns. Oh. Über unsere Wäsen. Am Segel oder was? Was? Ah, da. Da ist vorne gefallen, der Lappen. Okay. Hier sind kein Lücken. Ah, ich hab den Kinn nicht bekommen. Ich hab den Kinn nicht bekommen. Oh. Ah, da lebt noch. Na, der ist safe runtergefallen. Steht im Chat, dass du ihn tötet hast? Dann lebt der noch. Ja, aber wo? Der ist runtergefallen. Ja, sonst wollt. Okay. Guck. Der ist hier, hier an der Lücke runtergefallen. Der kann sich da retten, ne? Nein, kann der nicht. Doch. Doch. Da ist niemand. Jetzt ist er gestorben, glaub ich. Ja, ich bin ja eh die ganze Zeit in der Base. Das kommt jetzt mit der Lücke runtergefallen. Irgendwann baut alles ab. Grün. Unter uns. Ja, das zeig ich dir. Der lebt noch. Ja, das ist also. Wirklich? Ja. Irgendwann, er war einfach unter uns. Wtf. Ja. Ich hab doch gesagt, die Lücke runtergefallen. Ich hab mir grad schon gedacht so, hä? Warum baust du da jetzt alles ab, was du wieder hingebaut hast? Ja, ich hab, weil das hat mich auch irritiert. Ich hab die ganze Zeit hier. Und. Ich hab. Ich hab. Ich hab. immer merkt, dass es mehr Dias gibt. Nein. Was? Dieser scheiß Block. Wer hat diesen Block auf unsere Brücke gestellt? Kurz vor dem Ende. Wer? Den hier. Warte. Warte, ich guck. Warte, ich guck. Dreh ich nicht. Das war ich nicht. Da bin ich hängen geblieben. so. Und so nach rechts runter geflogen. Mit 7 Dias. Das ist wirklich so. 7. Das ist wirklich so. 3. 4. 5. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 10. 5. noch einer zwei lebst du noch nein ja jetzt was will er machen ja ich hab ihn wir brauchen schadens den würd ich sagen ja wenn ich mir nicht erst nicht abgeschützt wer hätten wir schon ich glaube ich habe jetzt ein bogen ja weil die kommen wieder der ist wieder da runtergefallen und tot ja ich habe auch einen ich habe fünf dias das bringt nichts wir verschnitten im pfeil ja ich hab jetzt fast einen stack die kosten auch nicht den pfeil ich mache jetzt was gefährlich ist es leben nur noch vier beide ich muss noch heißen ich habe mich vergessen gut das nennt man die diaquelle von denen wenn die noch da drüben waren da musste ich mich überbauen ah ne was ist denn ja wo kriegst du den alleine gemanagt du hast den ich denkst du ich traf den also ich will nicht auf jeden fall gehe ich jetzt das ok der kommt zu dir alles easy ich gehe rüber zu klar und dann hätte ich den dann hätte ich den dann hätte ich den erst mal frei noch ein gold da folgen dir die ganze Zeit ne ja ja hab ihn gettet nochmal er hat nur noch ein hp dank Bogenskills von Ben versuchts sich sicher hochzubauen was braucht der für ne kacke ich weiß ich baller jetzt nen Feuerball auf den er macht das wo ist der 2 ich weiß nicht wo der ist ich weiß nicht wo der ist ich guck mal ob im Chat steht dass ich den ne er lebt noch ne er lebt noch wieso ich sehe es mir kurz gold auf ja 2.9 habe ich was ist das hier für ein battle mit dem Das ist eine Invisibilität.